Es geht darum, mehr als gut zu sein. Jeden Tag aufs Neue. Das ist es, was uns bewegt und was uns antreibt. Seit 1885. Von Anfang an ein Teil der Erfolgsgeschichte von Diamant. Schönheit und Schutz, Lage für Lage. Ich weiß, was meine Arbeit wert ist und vor allem, wie lange. Ein Diamant ist etwas, das einen echten Wert hat. Das lernt man hier ganz schnell. Und Tag für Tag immer wieder neu. Warum ich bei Diamant bin? Wahrscheinlich, weil ich die Präzision liebe. Bei jedem einzelnen Rat. Ich suche nach Fehlern. Das ist mein Job. Und wirklich wichtig. Selbst wenn ich eigentlich nie etwas finde. Es ist unser Anspruch, der Diamant so besonders macht.